Hallo und herzlich willkommen zu unserer ersten Folge Player Notes Battlegrounds Nein, natürlich nicht, wir sind im Weltall Weißt du, was ist Battlefront? Spy of Giga Giga Und wir spielen heute... Ja, ich hab den Namen des Models vergessen Toll, oder? Neu System ausgefallen Unser Angriffsgeschwader ist eingetroffen Es kommt... Sag mal, ist man selber getötet? Ey, das ist... Das ist die Besten, ne? Ey, das ist die Besten, ne? Hier Wie hast du Orten mit dir? Ausgezeichnet! Unser Angriffsgeschwader nimmt dein Ziel unter Beschuss Erwege getroffen! vielleicht nicht das schlaueste gewesen wie gesagt eine runde hatten wir schon vorher aber da wie gesagt hatte ich noch nicht meine perfekten einstellungen für und so und alles wenn schon wieder eingeflogen ich bin verwirrt wir müssen noch lernen aber ich hoffe der ton und alles ist jetzt eigentlich perfekt haben wir jetzt gerade verloren das war schwieriger als erwartet ihre basis wird bald zerstört sein aber viele konnten entkommen ja ist jetzt ja nicht so mein modus wenn ich ehrlich bin ich spiele eher lieber arsenalkampf oder sowas wenn ich ehrlich bin das ist für mich irgendwie einfacher und spannender so weißt du mich interessiert darauf weiter nicht mal neun umgeöffnete kisten zeit haben wir alle an jodiger easy peasy hack erstmal schon gehackt eine schau mal, ich spüre deine angst nie überhaupt irgendwas gesagt wow ja ich kann wie gesagt nicht so viel dazu sagen ich habe eigentlich kaum ahnung davon vom spiel und die zierkiste oh jetzt verstehe ich bin da steht jetzt das ne ist das für spezielle zum beispiel das zum beispiel oder das hier weiß ich jetzt nicht tägliche anmeldung wow schulders und herstellungsteile ich glaube herstellungsteile braucht man für waffen ne schulders und herstellungsteile schulders und herstellungsteile da ja gut da kann ich jetzt nicht zugreifen darf mal Ja, sind sie auch. Was will ich eigentlich? Was will ich eigentlich? Was schön, dass sie ausrüsten. Und das hier. Und was anderes haben wir ja leider hier nicht für Spezialist. Ist der überhaupt irgendwas bekommen? Oder was cool ist? Ja. 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 Und jetzt wollen wir auch spielen, ne? Ja. 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 Wie war das denn? Ach. Ja. 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 Da muss steht. Oh, das war's. So. Ah ja, ich bin bei dem hier Level 5, ne? Ah... Nicht identifizierter Agent der ersten Ordnung greift an. Was? Bitte frag mich nicht, was das für Leute sind, die da kommen. Wow, ich schieße gegen Steine. Wow. Schweres Geschiss, voll aufgeladen. Klar bedeutet das Ärger. Wow, 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 wow. ja jetzt nicht mehr jetzt bin ich ja aber aber ich finde das spiel ist eigentlich echt nice gemacht die mal herum hat man ihn ja das mache ich Wieso ich immer? Sie kriegen das hin, oder? Ja. Eine, 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 eine und wir haben gewonnen. Nein, Spaß. Wow. Ich sterbe. Ich sterbe. Ich sterbe. Ich sterbe. Ich sterbe. Ich weiß keine Ahnung, wie viele ich getötet habe. Es waren viele, aber ich bin Letzter. Das ist ja toll. Wir haben es geschafft! Wir haben es geschafft! Das war die allererste Folge. Ist das Taubwader? Wie Taubwader aussieht, weiß man eigentlich. Wenn man das nicht weiß, ist es schon peinlich. Jeder Mensch kennt einen Taubwader. Taubwader, Taubwader. Also, ich würde sagen, wir machen diesen Modus in der nächsten Folge weiter. Ich wünsche euch dann noch einen herzlichen Abend und frohes Wochenende. Ciao! Tschüss! 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 Tschüss!